Thich Nhat Hanh Alleinleben heißt nicht, Welt und Gesellschaft ablehnen. Der Buddha hat gesagt, Alleinleben hieße, im gegenwärtigen Augenblick weilen und tief in das gegenwärtige Geschehen schauen. Wenn wir das tun, werden wir nicht in die Vergangenheit gezogen oder in Gedanken über die Zukunft verwickelt. Der Buddha hat gesagt, Wenn wir nicht im gegenwärtigen Augenblick leben können, dann sind wir nicht einmal wirklich allein, wenn wir im tiefsten Wald allein sind. Und er hat weiter gesagt, Wenn wir dagegen im gegenwärtigen Augenblick voll und ganz lebendig sind, dann kann man von uns sagen, wir lebten allein, selbst wenn wir in einer Stadt unter vielen Menschen leben. Buddhistische Meditierende wissen, wie wichtig das Üben in einer Gemeinschaft ist. Darauf bezieht sich der Satz, ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ein vietnamesisches Sprichwort sagt, Suppe ist für eine Mahlzeit, was Freunde für die Übungspraxis sind. Mit einer Gemeinschaft in Berührung sein, von den anderen lernen, in einer Gemeinschaft Zuflucht suchen, das sind alle sehr wichtige Dinge. Es gilt, den Weg allein zu leben, in einer Gemeinschaft von Übenden zu entdecken.